Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt und zwar bei den Großtraktoren. Da schauen wir uns heute mal ein bisschen was an. Und zwar haben wir hier einen Messe Ferguson vom Charlie. Da habe ich schon ein paar mehr Mods, wie man hier sehen kann. Die sind nämlich besonders. Also ich finde die toll und wir gucken mal etwas genauer nach. Und zwar ist es ein Messe Ferguson 8700S. Ja, wir haben hier Leistungsdaten 300 PS. Hier kann man richtig was machen. Dann haben wir 325, 350, 400, 405 und 712. Ist die große Ausbaustufe mit Turbo, so wie es hier drüben steht. Hier mit Turbo. Ja, das ist aber nicht alles. So, passen wir auf Reifenhersteller. Haben wir Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Nokian. Bei Trelleborg. Jetzt wird es nämlich schon langsam interessant. Ja. Rattewichte ist klar. Breitreifen mit Rattewichte. Breitere Reifen mit Rattewichte. Ähm, Zwillinge hinten. Breite Zwillinge hinten. Oder Zwilling vorne hinten. Und breite Zwilling vorne hinten. Na, okay, Michelin. Haben wir da gleich in grün. Jetzt aber mit Reifenbeschriftung. Ja. Haben wir immer die komplette Variante ohne Rattewichte. Und dann haben wir hier die gleiche Schicht nochmal mit Rattewichte. Dann haben wir hier wieder Zwillinge, Breitschmal, mit und ohne Beschriftung. Das sind schon ganz schön breite Dinger. Na, hier ist wieder alles dabei. Das ist schon ganz schön mächtig. So. Wir haben aber nur bei Michelin Radbeschriftung. Der Rest ist komplett ohne. Ich ticke mit euch mal schnell hier die ganzen Reifenhersteller eben mal durch. Na, also wir haben hier Breite. Dann haben wir noch breitere mit Rattewichte. Und selbst die Zwillinge können wir nochmal ordentlich verbreitern. Also die Konfiguriermöglichkeiten alleine bei den Reifen, die ist schon kräftig. Na, also zum Silowalzen. Ja, könnte man so machen. So. Theoretisch, ne. Also hier ist richtig was dabei. Definitiv. Außer bei Nokia. Da haben wir die Reifen und mehr kriegen wir hier nicht. Okay, pass mal auf. Wir nehmen aber mal die Michelin. So. Breit mit Rattewichte hinten. Dann haben wir Interieur-Design. Da geht es um die Farbe vom Sitz. Immer schwarz und rot. Wir machen roten. Ist ja ein Messie vergessen. Na, ähm, dann können wir die Warentafeln mit Positionslampen anbauen und demontieren. Wir machen es immer weg. Ich bin da persönlich gefreut von. Kann aber Gott sei Dank jeder so handhaben, wie er möchte. So. Auspuff. Original. Dann haben wir hier ein schönes verkrumptes Rohr. Und dann haben wir noch ein spätes verkrumptes Rohr. Wir nehmen mal das hier in der Mitte. Na, das andere hat noch so eine kleine Schweißnaht. Sieht dann noch mehr selber gebaut aus. Wir nehmen mal das hier. Das ist schon ein ganz schöner Auspuff. Na. So. Dann haben wir Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer oben drauf auf dem Bügel. Verschiedene Varianten. Wir nehmen mal die hier. Na. Wir haben hier nämlich heller LED. Dann haben wir Heller 3003 mit Stripes und heller Cargo, heller Luminator, heller LED-Illuminator. Na. Also da ist sehr, sehr viel dabei. Da haben wir die Scheibentönung normal getönt und richtig doll getönt. Wir nehmen mal so eine Mittelstufe. ISO-Bus-Terminal für im Innenraum. Die sind computergesteuerte, ja, was ist das? LCD-Display. Da haben wir immer von Lemken, von Zunhammer, Kuhn, Krono, Amazon. Na. Was man haben will, kann man nehmen. Wir nehmen einfach mal Amazon da rein. Oder Amazone ist es ja besser gesagt. Und Rundumleuchten sind auch nochmal interessant. Wir haben hier normale Rundumleuchten. Oder wir haben Stroboskop-Blitzer. Wir nehmen mal die Stroboskop-Blitzer. Na, weil Rundumleuchten haben wir sonst alle. Okay, Hauptfarbe. Wir haben hier eine sehr, sehr große Farbpalette. Immer die Originale. Und hier oben haben wir Lack mit Metallic-Effekt. Finde ich sehr hübsch. Wir nehmen mal den Messie Ferguson Rot in Metallic. Steht ihm sehr gut, ne. Sieht übel sportlich aus. Okay, kann auch an den Reifen liegen mit der Beschriftung. Als hätte der eine Jogginghose an. So, irgendwie so. Aber ist sehr hübsch. So, Felgenfarbe. Dementsprechend können wir hier auch nochmal so ein bisschen was auswählen. Ja. Na, hier ist wieder alles möglich. Man kann noch schön schwarze Felgen machen. Steht ihm irgendwie hoch. Muss ich gar mal sagen. Oder dunklet-grau. Wir nehmen mal hier den Standard. Ja, was ist denn das hier? Standard-Weiß oder Shared-Weiß. Ja, ist nicht grau, ist nicht weiß. Na, wir lassen wir original. Aber wie ihr sehen könnt, hier ist halt theoretisch jede Farbe aus der Palette möglich. Da kann man sich schön austoben, wie man den denn gestalten möchte. In Kennzeichen klemmen wir uns mal. Da sind wir hier in der vollen Ausbaustufe bei 340.000 Euro. Ist nicht wenig. Dafür kriegst du aber einen Trecker mit echt viel PS und der fährt 65 kmh. Und da schauen wir mal nach. Da ist er. Ist ein ganz schöner Löwe, ne. Also kleines Anlass auf jeden Fall. Ich finde den irgendwie hübsch. Der hat doch einen dicken Schornstein. Junge, Junge. Ähm, sieht aus. Okay, Kennzeichen an der Seite. Na gut. Ein Dyna-VT-Getriebe. Alles klar. Sehr, sehr... Ja... Nicht-gummiartige Reifentextur, sage ich mal. Also alle anderen Reifen sind ja tip-top. Bei denen mit Beschriftung, da sieht man doch schon... ...dass das irgendwie eine andere Textur ist. Finde ich jetzt an sich nicht schlimm. Kannste sagen, von mir aus. Komm, machen wir mal das Licht aus. Als wären die Dinger ja frisch mit Reifensilikonzeug eingeschmiert, ne. Und schon ist das wieder akzeptabel. Aber ist voll okay. Also kannst du überhaupt nicht meckern. Der Rest ist eigentlich sehr solide. Eigentlich Standardmodell, ne. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Hinten ist alle dran. Oben ist alle dran. Ähm, Innenraum. Ja. Wir starten mal. Die Teppichumrandung leuchtet. Das ist ja verrückt. So, hier ist der Isobus. Na. Lenkung geht. Komm, die Kurzschlüge bleiben stehen. Räder drehen weiter. Ich finde bei den Traktoren mega. Die Hupe, die ist kräftig. Passt mal auf von außen. Laut ist aber kräftig. Also, ne. Die ist schon ganz schön doll. Aber Fahrgeräusche ist sehr human. So, wir haben Licht. Wir haben mehr Licht. Wir haben Scheibenwerfer. Und wir haben Aus. Wir haben Rundumleuchten. Heißt, die Stroboskopblitzer oben an der Kabine ringsherum. Ne. Ist mal was anderes. Also, ich bin ja nicht so der Freund. Also, optisch von normalen Rundumleuchten. Da finde ich das hier doch deutlich schöner. Und wir können hier noch die, ähm, na. Genau, die Scheibe ausstellen. Und die Tür aufmachen. Und genau. Sehr, sehr cool. Ähm. Hier ist leider wieder das Problem. Ich habe den von modhub.us. Also, der ist nicht für Konsole verfügbar, sondern nur für PC. Steht alles in der Videobeschreibung. Vielleicht kommt er noch auf Konsole. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, jetzt ob die Charly-Mods generell alle für Konsole im Giants-Modhub noch mit aufgetaucht sind. Ähm, auf jeden Fall, der hier momentan noch nicht. Kann sein, dass er kommt, dass er eingereicht wurde. Das weiß ich nicht. Ich mache die Dinge ja nicht. Aber steht alles in der Videobeschreibung, wie die Mod heißt, wo ihr die findet und für welche Plattform. Ich würde sagen, wir gucken weiter. Und zwar bleiben wir bei Großtraktoren. Wir gehen weiter. Der eine oder andere hat das vielleicht schon nicht gesehen. Das nächste Ziel der Begierde ist nämlich direkt neben dem Messie Ferguson der New Holland T9 Series aus dem Giants-Modhub. Genau, der kostet richtig Geld. Aber laut dem Bild ist schon zu erkennen, dass man hier mit den Rädern wieder sehr viel machen kann. Und wer einen großen Knickschlepper mag, dann werdet ihr vielleicht was. Wir haben hier original eine Motorleistung von 517 PS. Dann können wir hier noch hochgehen auf 550, 605, 638, 682 und ganze 776 PS. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja, also für so einen Schlepper schon mächtig. Der dürfte so ziemlich alle Gerätschaften ziehen, die es immer alles gibt. Problemlos sogar. Und dann haben wir hier Reifenhersteller. Einmal New Holland und Michelin. Kontinental, Mithas, Lizard. Ja, und Lizard sieht schon wieder sehr, sehr interessant aus. Mit den großen Terra-Reifen bin ich gern Freund von. Aber wir fangen mit New Holland an. Da haben wir nämlich Smart Trucks und Smart Trucks hoher Verlauf. Na, und die beiden Laufband-Kettenvarianten gibt es. Ist jetzt auch eine Schneuette, muss ich ehrlich sagen. Gab es schon. Ich finde die Reifen eigentlich besser. Michelin, jetzt passt mal auf, wir können hier wieder sehr, sehr viel mit den Konfigurationen machen. Und zwar können wir hier erstmal Rattewichte raufbauen. Eine Lage, Doppellage. Dann können wir die ganze Schicht der Zwillings bereifen. Dann können wir hier, sieht man ein bisschen schlecht, können wir nochmal hier Wichte raufpacken. Und dann haben wir die nächsten Räder zum Konfigurieren. Und wir können in den Stufen, bevor es ändert, das ist so dreifach bereift, immer Rattewichte raufpacken. Außer hier bei der, ja, war das jetzt Pflegebereifung? So richtig aber auch nicht, bei der Menge. So, und dann fängt die Sache von vorne an. Da sind schon ganz schön dicke Walzen dabei. Also wenn man die hier raufpackt, das ist schon ordentlich. So, kontinental. Haben wir das gleiche. Und auch wieder richtig dicke Dinger. Und du kannst halt immer mit Rattewichten nochmal ordentlich verfeinern, die ganze Schichte. Na, irgendwann fängst du halt von vorne an. Warte mal, hat der hier auch dreifach bereift? Ne, der hat zum Beispiel keine Dreifachbereifung. Okay, bei Mieters. Werden die Felgen nochmal ein bisschen größer, aber bleibt bei Zwillingsbereifung bei Lizard. Jetzt wird interessant. Wir haben hier relativ große Reifen. Dann können wir hier, wie gesagt, die Rattewichte wieder raufpacken. Dann haben wir hier nochmal schmaler. Da geht sogar die Begrenzung an der Seite, ne? Ein bisschen mit zurück. Dann haben wir hier wieder Rattewichte. Dann haben wir hier nochmal eine andere Variante mit etwas gröberen Profil. Und dann haben wir hier sogar Terra-Reifen-Spillingsvariante, theoretisch. Ja, und hier haben wir nochmal eine Dreifachbereifung. Und hier ist halt immer mit Rattewichten noch konfigurierbar. Finde ich eigentlich ganz hübsch, muss ich ehrlich sagen. Na, wollen wir das mal angucken? Also mit den Reifen sind wir durch. Mehr kommt die, glaube ich, nicht. Oder? Wann haben wir hier noch? Genau. Okay, dann liegt die Sache von vorne los. Bin immer die dicken Dinger. So, Frontoption. Und wir haben hier eine Werkzeugkiste. Wir können hier aber auch eine Werkzeugkiste mit Frontgewichten anbauen. Dann hätten wir nochmal eine Tonne als Zusatzballast vorne mit dabei. Fenster haben wir nochmal. Mittel getönt und richtig dunkel. Und nochmal richtig, richtig dunkel. Wir nehmen mal die erste Tönungsstufe. Auspuff haben wir hier diese gebogene Rohr oder eine Klappe. Die beiden Varianten haben wir. Und Leuchtfeuer. Da ändern sich dann die Rundumleuchten obendrauf. In verschiedenen Varianten. Wir nehmen wir hier diese Kugeligen. Anhängerkupplung. So, jetzt gehen wir nach hinten. Und da haben wir einmal die normale Zugvorrichtung. Dann haben wir hier die Konsole für Gewichte. Dann können wir hier die erste Packung Gewichte drauf packen. Eine zweite Packung Gewichte. Da sind wir bei 1200 Kilo. Oder wir können einen großen Kraftheber anbauen. Wir nehmen mal hier die Munition mit denen die Wichten. Und ein Kennzeichen noch. Wir sind bei 551.000. Ist schon echt viel. Aber ist auch ein großer Schlöpper. Farbe können wir nicht verändern. Der ist typisch New Holland Blau. So, da ist er. Das ist ein ganz schöner Apparat. Wenn ich ehrlich bin. Ist eigentlich wie ein Originalmodell. Halt hier nur wieder mit den Reifen. Je nachdem welche Variante man nimmt. Da variieren dann halt auch die Texturen davon. Aber ich muss sagen. Schöne Ding. Ist mal wieder was anderes. Vor allem weil man hier auch schön wählen kann. Zwischen Bandlaufwerken und Reifen. Vor allem hast du hier irgendwie. Ihr fühlt alle Reifenvarianten. Die für das Ding irgendwie mal erfunden wurden. Ist schon okay. So, Innenraum. Da ist typisch Original. Wir starten mal. Hebelei ist auch dabei. Geht alles. Tacho funktioniert. Display funktioniert. Wir haben eine Hupe. Wir haben Blinker. Wir haben Licht. Wir haben Scheinwerfer. Wir haben doch mehr Scheinwerfer. Und wir haben Rundumleuchten. Zusatzfunktionen hat er keine. Ist ein reiner Knickschlepper. Ähm, ja. Sehr solide Modell. Also. Ich muss sagen. Mir fällt er irgendwie. Schon alleine wegen den verschiedenen Reifenvarianten. So. Den hier habe ich von Giants Mod Hub. Für alle Plattformen. Wenn man dir alle täuscht. Ja. Genau. Den T9C. Jetzt gibt es aus dem Giants Mod Hub. Für alle. Das ist schön. Wie der heißt. Wo ihr den findet. Steht alles in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen. Wir gucken direkt weiter. Weil ich habe noch ein bisschen was. Wir gehen in die Mähdröscher. Wir haben hier immer Allianz. Dann haben wir hier einmal. Michelin. Trelleborg. Fredestein. Und Taurus. Mithas. Wir fangen mal bei Allianz an. Dann haben wir Reifenvariante. Da ändert sich immer an der Lenkachse hinten. Das Profil und die Reifengröße. Ich finde ja die immer toll. Vor allem. Du kannst damit auch die komplette Dröscherhöhe variieren. Würde wahrscheinlich auch die Stellung vom Schneidwerk vorne. Dementsprechend beeinflussen. So. Die gleiche Schicht haben wir dann bei Michelin natürlich auch. Bei den einzelnen Reifenherstellern. Da variiert dann auch das Profil der vorderen Reifen mit. Aber hier diese. Ja. Was ist das hier? Von so einem Wasserfass oder so ein alter Flugzeugreifen. So sieht es ungefähr aus. Den haben wir bei allen Reifenherstellern. Dann haben wir hier noch Fredestein. Machen wir mal im Schnelldurchlauf. Ich muss sagen, das Profil von dem Taurusreifen sieht an der Hauptachse vorne recht interessant aus. Ist mal wieder was anderes wie der normale Einheitsbrei sonst. Na. Und mit den Reifen hinten. Das macht schon irgendwie was her. Muss ich ehrlich sagen. Mithas hätten wir noch. Aber da tut sich nicht mehr so viel. Ich würde mal gerne die Taurus hier nehmen. Dann haben wir Abziehbilder. Wir können das Ding nämlich in verschiedenen Varianten noch umgestalten. Dann hätten wir hier noch so einen Schriftzug. Finde ich bald ein bisschen hübscher wie den. Der hier. Und das IKR-Logo wechselt sich unten ab mit diesem Axial-Logo. Da müsste man ein bisschen drauf achten. Dann steht da immer Axial. Oder das steht dann da unten. Oder da. Da kann man sich so ein bisschen durchprobieren. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten. Ich glaube, acht Stück. Genau. Steht ja auch da. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Und dann können wir noch hier die Warentafeln anbauen oder abbauen. Das war's denn schon. Wir machen die einfach mal ran. Der kostet 150.200 mit Konfiguration. Ist voll okay. Für so einen alten Dröscher. Kannst eigentlich nicht meckern. Und dazu gibt es, wenn wir auf Kombinationen gehen, noch einen Schneidwerkwagen von Nadi. Also der wäre halt passend dazu. Und ein TX-66 Header-Schneidwerk. 6,1 Meter ist voll okay. Und kostet 42.000. Da kannst du ja auch nicht meckern. Man kann hier nichts verändern. Da steht New Holland dran. Packen wir mal mit ein. Schneidwerkwagen klemmen wir uns mal. Und wir gucken. Da ist er. Der sieht voll gut aus. Also, ja, texturentechnisch, wenn man richtig dicht rangeht. Ja, dann, ne? Sind immer so flügelmuttern dran. Ja, also Textur ist jetzt, okay, eine 10 von 10. Sagen wir mal eine 8. Also umso weiter man weg geht, umso schöner wird er. Das Gesamtbild am Ende ist dann wieder überzeugend. Aber der Rest ist von sich, ihr sehen, auch ja nicht so schlecht. Ne? Könnte sehr konvertiert sein von irgendwo. Okay, wir haben ja... Ja, die Hydraulikleitungen sind ein bisschen polygom-technisch eckig und nicht so schön rund wie so ein Schlauch. Aber hey, der ist ein Mehldröscher. Da achtet man nachher sowieso nicht mehr drauf. Der ist trotzdem an sich von der Form her schön. Weil das ist wieder so ein schöner Uldi-Dröscher. Irgendwie gefällt mir der. Achtung, Fahrzeug schert aus, das ist richtig wichtig. Na, hier ist alles dran, was er braucht. Ein sehr solides, schönes Modell an sich. Innenraum, guck mal, der Hebel geht runter, Lenkrad fährt ran. Wenn wir starten, wird die Umwelt gewarnt. So, der Fahrhebel bewegt sich. Lenkrad geht auch. Wir haben eine Hupe, die ist recht leise. Oben drauf ist der Motor. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, guck mal, das Innere-Riemenrad ist sogar animiert. Das Innere von den Beden. Ey, ist ja cool. Rundum leuchte. Ähm, wir haben Licht. Wir haben Blinker. Wir haben Arbeitsscheinwerfer. Alles da. So. Ich würde sagen, wir hängen mal das Schneidwerk ran. Oh, der hat einen schönen Fahrsound. Der jault richtig. Guck mal, da werden gleich die Messer vorne mit angebaut. Also die, ne, die Adapter vorne. Wir senken mal das Schneidwerk ab. Ha, und der schwebt ganz fein über dem Boden hier. Wir können den auch mal aufklappen. Dann schauen wir mal oben in seinen Bunker rein. Ich finde den ja nicht so schlecht. Guck mal, hier der Rotor dreht. Dann kann man das Röhrchen ausfahren. Der schwenkt ordentlich nach oben. Oh, das ist aber schön. Wenn man einen großen Anhänger hat, kriegt man die vernünftig beladen. Das ist sehr, sehr schön. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich finde den Dröscher einfach so von der Optik her echt cool. Kann man mal machen. Und wie gesagt, der Fett hier steht 32 kmh. Ist ja auf jeden Fall beweglich. Stimmt, glaube ich, nicht ganz mit den Werten, die da im Dings standen, im Shop. Wir können ja nochmal gucken. Ich glaube, der Stand war von 40 kmh. Ja, guck mal, hier stehen 40 kmh. Aber hey, selbst 32 kmh ist noch okay. Ich habe Dröscher, die fahren 20 kmh. Ne? So. Also, ich finde den ja nicht schlecht. Irgendwie fällt mir der. Da sehe ich eventuell Potenzial für ein Let's Play oder so, dass der da seinen Weg findet. Und den Kollegen habe ich ebenfalls aus dem Giants Mod Hub. Aber allerdings nur für PC. Der ist nicht für Konsole. Vielleicht kommt er noch für Konsole. Warum der da nicht ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall momentan nur für PC. Aber aus dem Giants Mod Hub. Das ist doch schon mal viel wert. Also dann stirbt die Hoffnung noch nicht komplett. Ne? Dass der für die Konsolen auch noch kommt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Auf jeden Fall steht es in der Videobeschreibung, wie der Ding heißt und wo ihr den findet. Ja, Leute. Ich denke, da ist doch eine schöne Auswahl an so ein paar Schmuckstücken für den einen oder anderen wieder mit dabei. Ich dachte mir, wir gucken uns das mal genauer an. Gerade er hier. Hier fällt mir doch außerordentlich gut. Hätte ich es am Anfang nicht gedacht. Aber ja. Na? Guck mal, jetzt wo die Leitungen hier vorne am Schneidwerk dran sind, ist das doch ja nicht mehr ganz so doll schlimm. Ähm. Der Messi Ferguson, der hat mich ja voll überzeugt. Messi Ferguson bin ich immer irgendwie nicht so rangekommen. Aber der hier ist ganz hübsch. Kann man ja mal fahren. Und, naja, großer New Holland-Knick-Schlepper sowieso, ne? Da wird es auf jeden Fall eine große Abnehmerschaft für geben. Der ein oder andere, der sowas haben will, der könnte hier vielleicht Spaß dran haben. Ja. Also, Leute. Ich sag nochmal, wie die Dinger heißen, wo ihr die findet, steht alles in der Videobeschreibung. Ich sag vielen, vielen Dank für's Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und René Hauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.